Hier sind viele. Könnte man hier theoretisch auch ganz drüber gehen, einfach um denen aus dem Weg zu gehen. Hier ist nämlich eh nichts für uns. Ich glaube, das würde gehen. Ich versuch's mal tatsächlich. Ja, das geht doch. Okay, hier ist ja auch, glaube ich, nichts krasses. Ja, das ist alles da hinten. Oh, 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 das Ding ist riesig. Das wird noch eine lustige Partie hier. Okay, Dinge passieren. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber gut. Ja. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz speichern. Und was ich einmal machen möchte, ist mir das Ganze ohne das anzusehen. Das sieht alles so super industriell aus. Ja, das ist alles. Das sieht ein bisschen gefährlich hier aus. Kings Powerfeder. Oh, der könnte uns hier sehen. Der wird uns sehen. Das ist ein Gefängnis. Nein, es geht gar nichts vor sich. Alles gut. Ja, okay, wir haben einen guten Eingang gefunden. Ich denke, das ist super. Tyranisches Erz. Also manchmal, ne? So. Oh, 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 oh. So, der Typ da darf gleich schlafen gehen. Chill doch einfach deine Basis. Geh deine Runde. Guck hier nicht hin. Okay, geh halt. Gehst du doch nicht? Oh, 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 oh. Knapp. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht. Ich wollte den nicht töten. Ist er jetzt tot? Er ist tot. Ich habe das nicht extra gemacht. Ich habe keine Ahnung, wieso das jetzt passiert ist, aber egal. Kannst dich nicht ewig? Jetzt habe ich dich. Wir laden das nochmal. Ich wollte den nämlich eh nicht töten. Ich weiß nicht, warum das jetzt passiert ist. Gar keine Ahnung. Ich möchte trotzdem hier gerne das haben, was hier drin war. Hallo? 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 So, jetzt muss ich uns ein bisschen beeilen. Flotti, Flotti. Ups. Äh. Hallo? Manchmal, ne? Ich weiß nicht, was für Dinge hier passieren, aber... Ehrlich, ne? Wir gehen jetzt trotzdem außen rum. Okay. Hier ist das tyrianische Erd. Ich glaube, ich muss mal wieder speichern. Oh mein Gott. Ist das echt wahr? Es ist echt wahr. Jetzt steht er da genau. Ey. Wer... Wer stellt sich da hin? Und guckt da einfach das Gerüst runter? Ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin grad. Ich bin falsch gelaufen. Da bin ich auch. Da bin ich auch. So. Okay. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich speichere jetzt. Leute, es ist nicht normal, ne? Manchmal ist das einfach nur nutzlos hier alles. So. Kann ich jetzt laden? Leute, ich bin einfach hohl in meiner Birne. Ich sag dir einfach nichts mehr zu. Ey, der Outsider, der, der schämt sich für mich. Ich glaube, ich bin sein schlechtester Agent. Guck's dir an. Ich krieg nicht mehr Teleporten hin. Meine Güte. Und jetzt bin ich wieder falsch. Mich hat niemand gesehen. So. Okay. Speichern? Speichern? Ja, überschreiben. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was da jetzt alles die ganze Zeit passiert ist. Jetzt ist er hier. Äh, ist das dein Ernst, Junge? Ist das dein scheiß Ernst? Du drehst dich um, dann drehst du dich nochmal um. Naja, wenigstens bist du nicht tot. Sei mal froh. Es gibt Schlimmeres. So. Können wir dich jetzt hier platzieren? Ohne, dass du runterslidest und stirbst wie so ein Idiot. So. Ich speichere jetzt gleich erstmal. Ich weiß auch nicht, wieso das hier alles passiert. Hm, okay. 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 Gibt es sonst noch was? Optional. Schatte den Foltermeister einen Besuch ab. Eliminiere den Foltermeister. Ja. Das hört sich an wie etwas, was wir gerne tun würden, würde ich mal sagen. Foltermeister eliminieren. Der Foltermeister hat uns ja auch ein bisschen gefoltert, ne? Ich wäre sehr, äh, verzückt, wenn wir ihn zurückfoltern könnten. Wir müssen aber mal ein bisschen pieken. So, jetzt muss ich einmal schauen, ne? Was sagt unser Herz? 26 Meter. Also die ist ganz nah. Die ist hier unten. Gibt es hier sonst noch was? Zum Beispiel irgendwelche Leute, die hier patrouillieren? Offizieller Erlass. Auf Befehl des Lord Regenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten, ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro von General Tobias mit der vollen Autorität des Lord Regenten verfasst. Gut, ähm. Umso weniger wird er uns erwarten. Dankeschön. Ähm, naja, warte, wir teleporten. Kanalisation, ja doch, Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Hatten wir das? Doch, das hatten wir, das hatten wir schon gelesen. Kugeln brauchen wir nicht. Das ist dann alles, was wir hier brauchen. Wir könnten jetzt auch mal wieder speichern, würde ich sagen. Okay, hier ist eine Kurbel irgendwo. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen werden. Ähm. Mal drüber sprechen. Ich hoffe jetzt nur, dass es nicht irgendwie weiterbuggt und hier alle irgendwie aggro sind. Ich meine, ich darf hier ja sowieso niemanden wirklich, äh, mich sehen lassen, aber... Das ist ein Unterschied, ne? Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht mehr, ob wir die noch nicht mehr machen. Ich weiß nicht mehr, ob wir die noch nicht mehr machen. So, er möchte sich ein bisschen ausruhen, habe ich gehört. So, wo geht es hier eigentlich hin? Ah, guck mal, da ist noch einer. Ihr könnt ein bisschen zusammen chillen. Diese sinnlosen Gespräche. Also, das... Also, sollen wir uns auf Zigaretten und Whisky treffen? In der Tat, das glaube ich. Alles klar. Du sagst deutsch, war deine Stärke in der Schule, oder? Okay, also, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde jetzt einmal... Was man machen könnte, ist da hochgehen. Aber es ist die Frage, ist das überhaupt notwendig? Eigentlich ist es nicht notwendig, ne? Ich weiß noch nicht mal mehr... Wo müssen wir denn rein? Müssen wir über das Haupt... Über den Haupteinlass rein? Ich glaube, ich könnte auch hier durch die Kanalisation. Sind hier nur sehr viele Fische. Ich würde gerne mal was ausprobieren, ne? Wir speichern mal kurz. Ähm... Ähm... Hä? Kann ich hier rein schwimmen? Tatsache. Dankeschön! Okay. Also, Kokai ist... äh... Hat geklappt. Achso. Jetzt können wir nur... Äh... Warte mal. Nein, nein, nein. Nicht zurück zu uns. Weiter. Im Außenbereich bleiben. Äh... Habe ich jetzt hier alles mitgenommen eigentlich? Die, da ist noch was. Aber 84 Meter? Ich brauche auch gar keine Runen mehr. Ich muss mal gucken, ob ich das mache. Vielleicht auf dem Rückweg. Aber wichtig ist es nicht. Ich glaube jetzt... Das allerallerwichtigste ist, dass wir jetzt das mit dem... Dass wir das machen. Ähm... Ich kann eh nicht zurück. Ich kann eh nicht zurück. Okay, wir speichern einen neuen Speicherstand. So. Öffnen. In den Innenbereich des Dunwall Towers. Dunwall Tower. Die Rückkehr zum Tower. Es ist an der Zeit... Ja, ja. Das haben wir schon gelesen. Jot. Also. Der Foltermeister befindet sich im Dunwall Tower. Der perfekte Zeitpunkt, um dich an dem Monster zu rächen, dass dir so viel Schmerzen zugefügt hat. Ja, wir könnten uns rächen. Ähm... Ich weiß nicht, ob wir uns rächen wollen. Ähm... Okay, also wir dürfen keinen Alarm auslösen. So. Entschuldigung. Das Auslösen von Alarmanlagen könnte den Lord Regenten zur Flucht in seinen Schutzraum auf dem Dach bewegen. Das wollen wir nicht. Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls im Tower. Eine gute Gelegenheit, die Propagandamaschine des Lord Regenten abzuschalten. Das werden wir tun. Ähm... Und ja. Den Rest kannten wir schon. So. Gibt's hier was? Nicht so. Okay. 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 Das ist er, ne? Was passiert? Habt ihr das laute Geräusch gehört? Ich hab keine Ahnung, was das war. Die Sendezentrale ist oben. Ja. Nice. Kann man da hinporten? Nein. Hier ist eine Wand. Aber ich könnte. Trotzdem ja auch. Ja. Jetzt komm ich bestimmt besser voran. Ne? Außen... Außen... Im Innenbereich bleiben. Warte mal. Ich wollte eigentlich nur gucken. Aber die gehen nur nach draußen, oder? Da unten ist noch eine Tür. Ja, vielleicht gar nicht dumm, da mal einen Besuch abzustatten. Oh. Schlüssel zur Küche. Gibt's hier ein Gespräch? Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche. Ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen. Ich bringe Essen. Er sagt, ziehen Sie sich aus. Ich ziehe mich aus. Aha. Ich glaube, die hat sehr darunter gelitten, dass sie sich ausziehen musste. Die Dame, die kann einfach nicht mehr. Ich glaube, die braucht echt mal eine Pause von ihrem... Äh... Ja, ihr habt's gesehen. Sie hat schon Zuckung. Ich würde mal sagen, das ist nicht cool. Das hier ist für den Folter ewig. Ich meine den kaiserlichen Befragung. Oh nein. Warum muss ich ihm das bringen? Der ist habraus. Solange du dich vorgesehen bis zur Hinrichtung oder zum Verhör. Der ist ein brutaler Hund. Vertrau mir. Er ist zahm wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. Äh... Äh... Ich wollte schon sagen... Leute, ihr macht mir Angst. Hm... Oh Gott. So... Knappe Kiste. Aber das sollte erstmal so funktionieren. Warte, ich mach es trotzdem. Weil ich jetzt einfach wirklich auf der Hut sein muss. Ich hab da einen Mülleimer, ne? Ich hab jetzt übrigens verstanden, wie man die Waffe, äh, wegsteckt, ne? Man muss einfach F gedrückt halten. Also das, was man immer zum Aufheben der Leute braucht. So. So. Ups. Na, die ist aber, äh... Die hat sich einfach zu oft ausgezogen. Ich, äh... Diese Haltung, die hat sich schon verinnerlicht. Ja. Nice.